Patrick, du lebst! Ach wirklich? Hey Patrick, bist du auch so wütend? Ja! Warum? Was ist los? Ich kann meine Stirn nicht sehen. Und was ist mit dir, Kumpel? Ich hab ne gute Idee, aber kann niemanden dafür begeistern? Ich auch! Aufblasbare Hosen! Äh... Da muss ich erst ein paar neue Zahlen draufschreiben.